Jo Leute, zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Leben, schön, dass ihr am Start seid. Oh, der Creeper, der ist auch am Start, richtiger Stalker. Jo Leute, ich hatte euch ja gefragt in der Folge 29, dass ihr mir mal gerne Bauvorschläge in die Kommentare schreiben könnt, was ich hier auf meinem schönen Grundstück bauen kann. Creeper, bleib schön weg, bleib schön weg. Ja, Leute, und diese Vorschläge von euch, die möchte ich jetzt eben mal vorlesen. Das waren so viele, damit ich mich auch noch mal ein bisschen erinnere. Ja, und da haben wir uns einen Turm, den haben wir ja auch in der letzten Folge so angefangen, angefangen weiterzubauen. Angefangen haben wir mit diesem Boden, stimmt. Ja, geil. Das muss ich auch noch zu Ende führen, aber ich schnappe mir jetzt erstmal mein Smartphone. Ich versuche mich gerade ein bisschen sicher hinzustellen. Ich hoffe mal, es passiert jetzt nichts. Ich stelle mich einfach mal jetzt hier hin und dann gucke ich mal nochmal, was ihr geschrieben habt. Was haben wir denn da für schöne Kommentare? Ich fange mal von ganz oben an, von den aktuellsten. Ungemalt hat geschrieben, einen Fluss mit Zugbrücke drüber. Eine Fluss mit Zugbrücke drüber. Oh mein Gott. Das passt aber nicht wirklich auf mein Grundstück, glaube ich. Einen großen See mit Bootshaus. Das finde ich cool. Könnte auch passen. Ein großes, schönes Baumhaus in einer Baumgruppe. Hört sich auch sehr interessant an. Einen Reitplatz, beziehungsweise Reithalle. Ah, da weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, das ist eher was für Mädchen, so ein bisschen. Eine Windmühle. Eine Windmühle, das ist auch cool. Auf jeden Fall. Einen botanischen Garten anlegen. Finde ich auch nicht schlecht, so ein Garten. Ein großes Gewächshaus. Alter, ungemalt, wie viel hast du denn hier geschrieben? Eine Kirche. Boah, mein Gott, ey. Eine Backstation mit vielen Öfen. Ja, genau, so wie so eine Bäckerei. Okay, meine Güte, da ist aber viel reingehauen. Finde ich aber gut, dass ihr so viele Vorschläge macht. Okay, Luke Zock schrieb, der Marktplatz auf dem Grundstück. Dann machst du einen Abschnitt auf deinem Grundstück, wo man drauf darf. Ach so, so ein bisschen abgegrenzt, wo ihr dann drauf dürft. Ah, okay, einen Marktplatz, wo man traden kann. Okay, das meinst du damit. Okay, Tricky HD schrieb, eine Metzgerei mit Schlachthof. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Vielleicht auch nicht so schlecht. Ein paar Schweine so einsperren und dann so einen Schlachthof machen. Das war so ein bisschen brutal, aber es gehört ja auch dazu. Man muss ja auch essen, ne? Ah, ich überlege mir das alles noch. Okay, was haben wir denn noch? Louis Zocker schrieb, ein Verkaufssachen zum Handeln. Ah, bestimmt einen Verkaufsladen zum Handeln, meinst du bestimmt, ne? Ein Eingangstor, ja? Ein Eingangstor werde ich auch noch in meiner Grundmauer reinbauen. Okay. Also, so ein Mittelalter-Stil-Heißluftballon. Lucha Gamer Legends. Okay. Ah, Luftballon? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, das kann ich nicht so gut. Ich habe zwar schon einen in den Tutorials, aber, naja. Ähm, Pizza King will einen Pizzastand bauen. Ja, das kommt vorbei. Okay. Eine Waffenkammer schrieb, Günther LP. Okay. Charito LP schrieb, Rathaus bitte. Okay. Rathaus würde auch gut am Spawnend passen, irgendwie, ne? Was haben wir denn noch da? Äh, äh, eine Burgmauer. Luca Pinau. Ja? Da bin ich ja so ein bisschen bei, so eine Burgmauer zu bauen. Äh, ein Luftschiff von Jan HD. Alter Vater. Ich glaube, du hast die meisten Likes. Bis jetzt vier Likes. Äh, oh mein Gott. Hoffentlich muss ich das nicht bauen. Hoffentlich hat einer mehr Likes hier. Mal wieder super Video. Ich würde vorschlagen, dass du eine unterirdische Steinfarm machst. Äh, eine Mine. Und dann so ein Laden, wo man sich zum Beispiel zwölf Steine für ein Brot, okay, kaufen kann. Okay, ich glaube, da werde ich aber nicht reich mit, weil jeder hat so eine Mine, ne? Die kommen ja da nicht zu mir. Bau eine coole Base, wie die von Climb in Craft Attack. Habe ich noch gar nicht geguckt, ey. Ich gucke mir ja selten so andere Sachen an, okay. Ähm, kannst du bitte ein Dorfladen zum Handeln machen? Schrieb Sarah Manhart. Okay. Bau doch eine Statue, wäre cool. Pepe, 10. Okay. Wie wäre es mit einer Polizeistation? Gaming Style Boom. Oh mein Gott, das passt, glaube ich, nicht ganz so gut hier so rein. Weil es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Mittelalter. Hier ist es ja schon. Bau eine riesige Burg. Oh mein Gott, Luca12 schrieb das. Ich glaube, eine riesige Burg, oh, so ein kleines Grundstück, das wird, glaube ich, nicht ganz gut so gut funktionieren. Wie wäre es, wenn du eine Statue von deinen Skin baust? Oh mein Gott. Weiß ich nur nicht. Muss ich mal gucken. Okay. Das waren auf jeden Fall jetzt so mal alle Vorschläge. Wie gesagt, ich will mich jetzt auch noch nicht direkt festlegen. Ich muss mir da erstmal einen Kopf machen, was wir bauen. Und wie ich dann was baue. Weil so spontan wird das meistens immer alles Murks. Dann wird das nichts. So. Wie viele Leute sind denn alle hier? Ah, eine Griefer hier. Ih, ne? Ich kann mich noch erinnern. Vielleicht hast du dich ja gebessert. Wer ist das denn? Minecraft. Zwei, drei. Okay. Wer so heißt, der ist ein Minecraft-Fan. Und der wird bestimmt nicht griefen. Äppelbaum. Wer ist das denn? Kadir Baba Boss. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Aber wir sollen ja nicht immer nach dem Namen gehen, ne? So. Leute von heute. Cool, dass ihr wieder am Start seid. Äh, wir haben ein bisschen früh morgens. Wenn ich mich ein bisschen anders anhöre. Ich bin noch nicht so lange wach. Ich bin noch ein paar. Ja, eine Stunde bin ich glaube ich gerade mal wach. Jo, ich wollte noch mal gucken, wie ich das hier gemacht habe mit dem Boden. Weil ich will das ja alles so ein bisschen jetzt hier verschönern. Äh, hier mein Grasblock. Der soll. Ähm, ich wollte das mit der Schaufel eigentlich machen. Ähm. Ähm, äh. Da muss erst mal Gras drüber wachsen. Sonst kann ich da glaube ich nichts machen. Ne. Okay. Alles noch beim Alten hier. Erst mal umschauen. Ich war wieder ein paar Tage nicht hier auf der Map. Aber es sieht alles eigentlich noch normal aus. So, ach ja, hier hatte ich ja den Dreierweg gemacht. Guck mal, so will ich das nämlich dann gleich machen. Ähm. Das kommt raus. Das kommt raus. Erst mal ein bisschen wieder weiter orientieren. Ähm. Wie weit habe ich denn den Boden gezogen? Drei bis zum Eingang. Muss ich erst mal checken hier. Ich vergesse immer, dass ich nicht in Kreativ bin, ey. Wobei, in den Tutorials bin ich natürlich immer in Kreativ. Ach, bis vor die Hauswand. Okay, dann machen wir das doch mal. Dann machen wir doch 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 mal, Leute von heute. Ähm. So, 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 so. So, so, so. Okay. Ich habe alles eigentlich dabei. Zack. Wenn ihr noch irgendwelche anderen... Ach, was mache ich denn? Wenn ihr noch irgendwelche anderen Bauvorschläge habt, könnt ihr das gerne auch unter diesem Video in die Kommentare knallen. Erst mal nehme ich alles raus. Boah, was bin ich denn? Alter, ich bin das gar nicht mehr so... Boah, ich muss mal wieder öfter Minecraft spielen, ey. Ich spiele eigentlich fast nur Minecraft... Wenn Minecraft Leben die Welt auf ist. Tutorials mache ich auch so nebenbei noch. Aber ansonsten spiele ich ja auch dann andere Spiele noch. Deswegen, da muss ich erst mal irgendwie wieder ein bisschen reinkommen. So. Ach, mein Menü ist wieder voll. Ach Gott, ey. Dieses Minecraft-Problem, ne? Hier mein Pferdestall, den müsste ich auch nochmal schöner bauen. Der kriegt... Mein Pferd kriegt auch noch einen schöneren Stall. Ach, ich habe doch hier eine Kiste irgendwo, ne? Ach, ich habe genug Kisten. Oh mein Gott, ey. Ich kenne mich auf meinem eigenen Grundstück nicht aus, Leute. Erst mal ein bisschen Stein lagern. Ich mag das nicht, wenn hier so Sachen überall rumfliegen. So, ähm. Ach, scheiße. Die Kiste muss ich jetzt auch gleich wegreißen. Ja, ich weiß. Ich soll die Schippe nehmen. Äh, die Schaufel. Ähm. Habe ich denn den Seitenweg? Ich glaube, ich mache den Weg hier erst mal weg. Ich will das ja exakt so wie auf der anderen Seite bauen. Ah. Exakt so. Dann muss ich ja erst mal hier... Ach so. Bis hier mit Stein bauen. Seht ihr das? Hier da habe ich mit Stein gebaut. Und ich muss das hier auch machen. Das heißt, ich muss jetzt mal hier den ganzen Weg wegräumen. Ich muss hier so einiges umbauen. Wird sich so ein bisschen verändern hier meine Gegend. Aber habe ich nichts dagegen. Ich will es ja auch schön haben. Ich will es ja jetzt nicht so... Ich will es ja jetzt so fest haben, dass das jetzt mal so ein bisschen ordentlich aussieht. Das muss man alles abreißen hier. Ja, Leute. Ich hoffe, euch geht es gut hier. Wenn euch dieses Projekt gefällt, ne? Auch neue Leute. Ihr könnt gerne ein Like da lassen. Einfach den Daumen nach oben anklicken. Dann ist die Sache schon geritzt. So. Wenn euch das Projekt nicht gefällt und ihr meint, ein Dislike geben zu müssen, könnt ihr das natürlich auch tun. Wäre nur richtig nice, wenn ihr dann in die Kommentare schreiben würdet. Was euch nicht gefallen hat, weil dann kann ich das verbessern, ne? Ich bin ja immer offen für neue Ratschläge. Sollte man auch sein. Man sollte nicht immer die Augen verschließen, ne? Okay. Hier sieht eigentlich alles in Ordnung aus. Hier sieht auch alles in Ordnung aus. Genau. Dann könnte ich jetzt die Seite fertig machen. So. Warum stammen? Ich habe gar nicht mehr so viele Schwarzeichenholz. Ich habe... Was ein geiles Deutsch, ey. Meine Güte. Ich muss jetzt mal... ...wieder sprechen lernen anscheinend. So. Nimmt mir das aber nicht so übel, Leute. Weil wir haben echt noch... Boah. Bisschen früh. Habe ich kein Holz? Doch. Da habe ich doch noch Holz. Alter. Fall da. Klar. Ich bin doch vorbereitet. Ich habe doch gewusst, in der letzten Folge hatte ich noch so viel Holz. Oder generell so viele Sachen. So. Ich buddel das jetzt erstmal aus. Ich brauche jetzt bei ihrem Plan hier. Ich drucke es hier so rum. Ja. Toll. Meine Schaufel ist auch kaputt. Tolle Wurst. Wie weit muss ich denn gehen? Ach. Bis hier muss ich gehen. Okay. Ach. Mach mal das eben so, Leute. Jetzt regen sich wieder alle auf, dass ich wieder mit der Hand hier abbaue. Weil ich mache halt viele Sachen gerne mit der Hand, ne? Ach. Guck mal. Hier habe ich noch... Hä? Hier ist auch noch eine Truhe? What the fuck, Alter? Habe ich die mal hier reingesetzt? Bogen 3 Stärke? Die hast du das? Äh... 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 Pfff... Boah, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, wie peinlich. Ähm... Ich glaube, ich lasse den... Habe ich überhaupt was an? Naja, ich glaube, ich lasse den Rest einfach hier drin. Ähm... Ja. Ah, krass, ey. Ich habe zu viele Sachen, ey. Zu viele Truhen hier einfach. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Sachen herkommen teilweise. Auch diese Truhe. Weiß ich nicht, wo die herkommt. Naja, lassen wir jetzt die Truhen Truhen sein. Ich möchte jetzt hier nicht groß rumsortieren in der Folge. Es langweilt euch ja und mich erst recht. Dann lassen wir es mal sein. Ach ja, hier... Hä? Wer hat mein Feld abgefarmt? Und keine neuen Samen hingemacht? Welcher Bösewicht war das hier? Das geht aber nicht. Ich hatte doch hier... Oder hatte ich das noch gar nicht angepflanzt? Ach Gott, das kann doch sein, dass ich das gar nicht angepflanzt hatte. Noch nicht. Ich hatte das doch in der vorletzten Folge oder so angefangen. Irgendwie so. So. Jetzt können wir mal endlich hier weitermachen. Da muss noch einer hin. Ach, guck mal. Die Truhe, die kann einfach stehen bleiben erstmal. Warum habe ich keinen Stein mehr? Leute, könnt ihr mir das mal erzählen, warum mein Stein ab und zu ausgeht? So, 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 so. So ist ein bisschen so wie Schachspielen, wenn ich das hier so mache. Zack, zack, zack. Okay. So. Zack, zack. Und zack. Schaut mir zu, wie ich jeden Balken hier reinsetze. Das läuft gut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich nehme gerade diese Folge an Pfingsten auf, übrigens. So. Am Montag. Montag, genau. So. Hier kommt der auch noch rein. Oh, der habe ich falsch rumgesetzt. Toll. Tolle Wurst. Okay, es fällt gerade erst nicht auf. Ich habe hier die Kiste drauf. Ich bin schon ein Specialist. Ja, es wird einmählich. Ich bin am überlegen, wie weit ich das hier mit Stein ausbaue. Ja, wie. Das soll ja so ein bisschen so der Mittelpunkt hier sein. Ich habe nur so viel Platz, Leute. Eure Vorschläge. Ich werde da schon vielleicht ein paar von bauen. Eine Sache werde ich bestimmt davon bauen. Muss ich mal gucken. Bin ich auf jeden Fall richtig nice, dass ihr mir die Bauvorschläge so um die Ohren geklatscht habt. Ich habe mal gerade eine Idee. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert. Ich versuche es jetzt gerade mal kurz. Leute. Ich muss mal gerade was versuchen. So. Ich möchte hier so einen kleinen... Eine Art Kreis reinmachen. Äh. Ach, die Baumstämme auch immer falsch rum reingehen, ne? Ist mein Aufnahmeknopf gedrückt? Hätte mich nicht gewundert, wenn ich es vergessen hätte. So. Ich will das hier so ein bisschen wie so ein Muster machen. Also so ein bisschen hier zu... Ach, scheiße. Das passt nicht. Wenn ich jetzt hier Baumstamm reinsetze, habe ich zwei nebeneinander. Oh mein Gott. Ja, das war mal wieder ein kleiner Fail. Das überlege ich mir doch nochmal, wie ich das hier so mache. Ich habe gedacht, ich kann das so schön hier so zusammenfügen, dass es dann halt, ja, einen ganzen Kreis so ergibt hier im Mittelpunkt. Aber das läuft wahrscheinlich noch nicht. Ja, Leute. Ich mache mir noch ein paar Gedanken. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Minecraft Leben. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.